Ja, bei uns soll es das auch gegeben haben. Eine Grenze. Stell dir das vor. Ja, durch Deutschland war eine richtige Grenze lange Zeit. Aber plötzlich gab sie nicht mehr. Diese Grenze, plötzlich weg. Wie das ging? Richtig irre. Wahnsinn. Richtig irre. 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 Bodenlé. Richtig irre. Richtig dre. Untertitelung. BR 2018 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 Applaus Danke Niedersachsen. Auf Wiedersehen 2015. Ganz Deutschland zu Gast in Hessen. Willkommen in Frankfurt am Main. Applaus Applaus Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018